Hey du, schön, dass du da bist. Heute machen wir die Fortsetzung zu dem Video über die Top 10 beliebtesten Herrendüfte. Und zwar hatte ich damals eine Instagram-Umfrage unter allen Frauen gemacht, welche Düfte sie am liebsten an einem Herrn oder an einem Mann riechen würden. Und wie das immer so ist, wenn man viele Leute befragt, dann kommen die Düfte raus, die viele Leute tragen und die viele Leute kennen. Und heute suchen wir uns zu jedem einzelnen dieser Top 10 Düfte, die wirklich überall sehr gut ankommen, Pendants. Und zwar werde ich versuchen, zu den günstigen Designern interessantere, kreativere Nischendüfte zu finden, die ähnlich sind, die aber nicht jeder trägt. Und zu den teuren Nischendüften werde ich versuchen, günstige Dupes zu finden, könnte man sagen, die aber genauso attraktiv sind, die genauso gut ankommen, die einfach nur euren Geldbeutel ein bisschen besser verschonen. Falls du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Ich bin die Leni und ich rede super gerne über Parfum. Und ich würde mich echt freuen, wenn du mir öfter zuschaust und diesen Kanal abonnierst. Ich lade zweimal pro Woche für euch Content hoch und ich freue mich über jeden Einzelnen von euch. Auf Platz Nummer 10 hatten wir den Jazz Club von Replica von Maison Margella. Und der Jazz Club ist eben dieser wahnsinnig schöne, süße, smoky, boozy Duft. Aber manchen Leuten kann der auch zu süß sein. Manchen Leuten ist der einfach eine Nummer zu heftig. Meine Alternative dafür ist Faneur Flames von Nischane. Der ist vom Charakter her ähnlich. Ein bisschen weniger süß, ein bisschen grüner, ein bisschen herber, ein bisschen erwachsener finde ich. Und ein bisschen weniger verspielt. Einfach ein bisschen ernsthafter. Und mit einer so viel besseren Performance. Also wer den Jazz Club mag, der sollte Faneur Flames unbedingt ausprobieren. Auf Platz Nummer 9 hatten wir den Harrod. Und verzeiht mir bitte den dreckigen Flakon. Der Putz Club ist leider gerade nicht in Reichweite. Der Harrod geht in eine ganz ähnliche Richtung wie der Jazz Club. Aber der ist einfach nochmal in eine komplett andere Liga. Der Harrod ist einer der geilsten Herndüfte ever. Der hat noch ein bisschen Kirscharoma mit drin. Smoky aus Mantos Tabak. Der ist Verführung in einer Flasche. Und ich habe euch ja schon tausend Ohren über den Harrod abgekaut. Und ich war so froh, dass der in der Liste gelandet ist. Aber der Harrod ist halt schon teuer. Und deswegen habe ich einen super geilen Dupe für euch. Wobei Dupe kann man eigentlich gar nicht sagen. Dupes haben meistens die schlechtere Qualität. Und das würde ich hier bei dem überhaupt nicht unterschreiben. Und zwar nennt er sich Divine Vanille von Essential Parfum. Und der ist wirklich zu 95% ähnlich. Der ist so spitze. Und der ist sogar vom selben Parfümeur. Das heißt, ich habe das Gefühl, der hat einfach die Harrod DNA fast 1 zu 1 wiederverwendet. Die Qualität ist wirklich ähnlich gut. Die Haltbarkeit ist ganz eine Idee schlechter. Und einer von euch hat mich auf den gebracht übrigens. Der Casey, der hier oft unter die Videos kommentiert. Schreibt mir mal lustige Kommentare. Habt ihr bestimmt schon mal gelesen, wenn ihr hier Regulars seid. Und der hat mir den mal zugeschickt. Und hat gemeint, der wäre super ähnlich wie der Harrod. Und er hatte recht. Und ich finde, der Name Divine Vanille führt total in die Irre. Weil es geht nicht wirklich um Vanille in den Duft. Es geht um den Harrod. Ich hätte ihn auch Harrod 2.0 nennen können. Wahnsinnig schön. Kleinen Unterschied gibt es. Er ist ein bisschen weniger würzig und dafür ein bisschen mehr süß. Also ich sage ja schon immer, den Harrod könnten auch Frauen tragen. Den Divine Vanille könnten mit Sicherheit auch Frauen tragen. Wobei der immer noch eher maskulin ist und eher unisex. Und der ist wirklich günstig. Ihr bekommt den Divine Vanille für 72 Euro. Die 100ml. Während die 75ml beim Harrod 170 Euro kosten. Also das ist irgendwie, ja, also ich glaube, aus allen Matches, die ich heute gefunden habe, ist das wahrscheinlich das Beste. Und da bin ich am stolzesten drauf. Beziehungsweise Kompliment an den Casey für diesen echt guten Tipp. Auf der Nummer 8 hatten wir den Allure en Spore von Chanel. Und es ist ein echt toller Duft. Also da wäre nicht zwingend, ich sag mal, ein Nischenpendant nötig, weil er einfach wirklich gut ist. Problem bei dem ist so ein bisschen die schlechte Haltbarkeit. Der ist super fein, aromatisch, zitrisch, mandarinig, bisschen aquatisch, holzig. Also das ist so einer, der, dem wird wahrscheinlich jedem zweiten Menschen gefallen. Aber wie gesagt, die Haltbarkeit ist nicht großartig. Ich habe ein Pendant gefunden, das nicht 1 zu 1 riecht, aber ich glaube, dass derselben Zielgruppe gut gefallen könnte. Und zwar ist es der Elysium, das Parfum Cologne von Roger. Und von dem habt ihr, hallo, hallo Fokus. Und von dem habt ihr vielleicht schon gehört. Der ist ziemlich bekannt und der wird oft als Aventus-Killer bezeichnet. Was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, so viel Ähnlichkeit hat er nicht mit dem Aventus. Ich finde allerdings, dass es ein wunderschöner, toller Herrenduft ist. Und Fun Fact, das ist der einzige Duft, mit dem ich meinem Mann jemals besprühen durfte. Ich weiß nicht, was los war. Ich habe ihn, glaube ich, in einem schwachen Moment erwischt, weil normalerweise trägt er keine Düfte. Normalerweise darf ich ihn nicht mit irgendwas besprühen. Aber ich habe ihn ausgepackt und ich weiß nicht genau, ob ihm der Flacon gut gefallen hat oder was ausschlaggebend war. Auf jeden Fall durfte ich ihm den aufsprühen. Und der hat himmlisch gerochen. Der Elysium ist natürlich viel komplexer, sehr viel potenter, hält sich richtig gut. Also wenn euch die Haltbarkeit am Allureum Spore nervt, ist sehr gut. Der ist weniger aquatisch. Der ist ein bisschen grüner, schon auch fruchtig. Nicht so sehr mandarinig, mehr bergamotig, finde ich. Und er hat, würde ich sagen, ein ähnliches frische, süße Level wie der Allureum Spore, aber etwas mehr Blütigkeit. Was ihn aber nicht feminin macht. Also der ist immer noch sehr maskulin, der Duft. Und ich finde, das ist wirklich ein perfekter Allrounder, der insbesondere auch gut im Sommer funktioniert. Er ist von seinem Charakter her nicht ganz so sportlich wie der Allureum Spore. Der hat es ja auch im Namen. Sondern der ist ein bisschen schicker. Das könnte wirklich euer Signature sein. Und der geht für so viele Gelegenheiten. Und diese Parfum Cologne Serie ist auch eine günstigere bei den Roger Düften. Die Roger Düfte sind ja für gewöhnlich immer sehr pricey. Die Parfum Cologne Linie, die ist noch, boah, jetzt leh ich mich wieder aus dem Fenster, aber die ist noch halbwegs erschwinglich. Wie gesagt, ich glaube Leuten, denen Allureum Spore gut gefällt, wird der Elysium auch gut gefallen. Den nächsten Platz hat einer meiner All-Time-Favorite-Herrndüfte belegt, den ich auch selber habe und selber trage. Es ist der L'Homme Ideal von Guerlain. Und der ist eigentlich schon Perfektion. Also da muss man nicht in die Nische gehen. Das ist jetzt eher für die Leute, die sagen, ich finde den schon so toll und ich will was in einer ähnlichen Richtung. Und zwar ist es ein ganz toller Tonkabohne Ledergourmand mit einer dezenten Kirschnote. Da ist zwar keine Kirsche drin so richtig, das heißt so richtig, ist halt nicht in den Noten angegeben, aber ich bekomme leichtes Kirscharoma. Und ich habe mir gedacht, für Leute, die sagen, ich brauche nicht zwingend das Leder in dem Duft, aber ich finde das Kirscharoma gut und die ganze DNA, das ganze Verführerische daran, das gefällt mir so gut. Die könnten mal probieren, den Rouge Smoking von BDK. Okay, und ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, der wird an Frauen vermarktet, aber wie viele Frauen auch den L'Homme Ideal tragen, der an Männer vermarktet wird, können die Männer genauso gut den Rouge Smoking tragen, der an Frauen vermarktet wird. Der Rouge Smoking hat eben die Kirsche tatsächlich im Zentrum, wobei es eine sehr mandelige Amaretto-Kirsche ist. Und wir haben auch ganz viel Tonkabohne. Es fehlt allerdings, wie gesagt, die Ledernote. Also der ist ein bisschen smoother, man könnte sagen, der ist noch um einiges sexier und wirklich, wirklich, wirklich fein. Allerdings, wie gesagt, das ist kein traditioneller Hernduft. Da müsst ihr schon euch wohlfühlen im, ich sag mal, im Unisex-Segment, aber dann ist Rouge Smoking echt toll und ich würde den wahnsinnig gern an einem Mann in meinem Umfeld riechen. Der nächste auf der Liste ist der Hugo Boss Bottled und der ist dem L'Homme Ideal tatsächlich nicht unähnlich. Das ist auch ein Gourmand, allerdings ein bisschen würziger mit Zimt, Kardamom, Muskat. Wahnsinnig verführerisch, wahnsinnig guter Deal. Also wenn ihr aufs Budget schaut, dann bleibt bei dem, weil der ist richtig toll. Ich bin totaler Fan von dem. Richtig schön maskulin, aber sexy. Wenn ihr allerdings noch ein Level upgraden wollt, da kann ich euch ans Herz legen und davon musste ich wirklich lange überlegen. Also ich glaube, ich habe eine halbe Stunde rumgesessen und überlegt, was ein geiles Nischenpendant für Boss Bottled wäre. Und ich bin dann schlussendlich gelandet beim Habtan von Parfum de Mali. Und der Habtan, das wisst ihr vielleicht, ist mit dem Harry zusammen mein Lieblingsherren Mali. Und der hat auch diese ganzen Elemente drin, der hat diese schöne würzige Aromatik, die auch der Boss Bottled hat. Der hat noch ein bisschen die Apfelsüße mit dabei. Ich meine, der hat Oud, Safran hat im Auftakt und Amber und Opoponax. Das heißt, der ist noch ein bisschen vollmundiger, ein bisschen komplexer. Ich finde auch ein bisschen erwachsener. Den sehe ich vor allem bei den Männern ab 30. Und ich sehe ihn insbesondere bei Vätern. Fragt mich nicht, wieso ich diese Assoziation habe. Irgendwie erinnert er mich an einen liebenden Vater. Der hat irgendwie was Geborgenheitgebendes, was Beschützendes, was total Attraktives, was Einladendes. Also der Habtan, der ist wirklich so oder so mal eine Probe wert. Der müsste jetzt nicht unbedingt ein Fan von Boss Bottled sein. Aber ich finde einfach, wenn euch der Boss Bottled gefällt, dann könnte der Habtan halt total eure Richtung sein. Also der ist nicht so, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht so websig, wie der Boss Bottled, sondern der ist schon irgendwie angekommen. Der ist so stilvoll irgendwie. Ich liebe den Habtan. Und Performance ist natürlich großartig. Also da, wo ihr natürlich mit so einem Designer-Duft wie dem Boss Bottled nur eine begrenzte Haltbarkeit und Siage bekommt, das ist einfach auch dem Budget geschuldet, bekommt ihr mit dem Habtan alles. Der nächste Duft, der war auch echt schwer. Und zwar war das der Dior Homme Intense. Und der Dior Homme Intense ist ein wunderbarer, schöner, richtig toller, verführerischer Date-Duft, würde ich sagen. Ein Iris-Seder, ganz weicher Duft mit Ambretsamen, also ganz, ganz fluffig, ganz, ganz pudrig und trotzdem irgendwie maskulin. War wahnsinnig schön, ja, also wirklich zum Verlieben. Allerdings, der wurde jetzt sehr oft reformuliert. Der hat jetzt einen stärkeren Lavendel mit drin in seiner neuen Version und der ist nicht mehr so ganz das, was er mal war. Und die Haltbarkeit war auch noch nie besonders großartig. Und ich habe mich so schwer getan, weil diese DNA findet man wirklich selten in Herrendüften. Aber ich habe einen tollen Nischenduft gefunden. Wenn euch der Dior Homme Intense gefällt, müsst ihr unbedingt ausprobieren. Den Tuxedo von YSL. Der Tuxedo ist die gleiche Art von Duft. Sehr verführerisch. Der Typ, Frauenversteher, aber auch im besten Sinne, ja, also nicht als Beleidigung gemeint, sondern Frauenversteher im Sinne von, die Frauen lieben den, weil es nicht so ein Macho-Arschloch ist, sondern einer, mit dem man reden kann, einer, zu dem man irgendwie Zugang findet. Und so ist der Tuxedo auch. Der Unterschied ist, beim Tuxedo geht es weniger um die Iris und mehr um das Pfeilchen. Das ist so ein ganz kleiner Unterschied im Duftcharakter, aber die Wirkung ist eine ähnliche. Also der ist auch wahnsinnig smooth, der ist wahnsinnig refined. Ich meine, Tuxedo heißt ja Smoking, also Tuxedo ist ja ein Smoking-Anzug sozusagen. Und ich finde, genau in so eine Szenerie passt das auch. Also der hat Manieren, der ist zu vorkommend, das ist ein toller Mann. Und ich kann gar nicht aufhören, an dem zu riechen. Ja, mit diesem Pfeilchen-Charakter halt. Also wenn ihr Pfeilchen kennt, vielleicht kennt ihr das Pfeilchen aus Farnheit. Oh, ignoriert bitte meinen Bauchknurren. Ich bin schwanger und ich esse gefühlt den ganzen Tag, aber gefühlt ist auch den ganzen Tag mein Bauch leer und ich habe Hunger und er knurrt. Also ich weiß auch nicht. Das Kind ist alles auf momentan. Ja, ich würde sagen, der Tuxedo ist ein bisschen weniger süß als der Dior Aumentense. Ein bisschen eleganter noch. Und hat definitiv die bessere Performance. Also, wenn euch die Dior Aumentense gefällt, dann probiert zumindest mal den Tuxedo. Das nächste Match dagegen ist mir wieder sehr leicht gefallen. Und zwar hatten wir da den Le Mal. Und der Le Mal, den mag ich ja schon ganz gern. Das ist einfach dieser sexy Frauenverführer. Das ist die Tonka-Bohne, das ist das Gewürzfach, also Lavendel, die Aromatik. Das ist einfach schon sehr süß, aber auch irgendwie erfrischend. Und ich finde ein ganz tolles Nischenpendant dafür, das mir aber echt tatsächlich noch einen Hauch besser gefällt, ist der Amuris Homme und zwar das Extrait von Maison-Francis-Kücchan. Hat einen ganz ähnlichen Duftcharakter, hat ein bisschen weniger Tonka, also ist ein bisschen weniger tief, würde ich sagen, noch ein bisschen erfrischender. Und er hat im Gegensatz zum Le Mal eine Iris mit drin, die ihn auch wieder sehr weich macht. Also die Noten wirken jetzt nicht eins zu eins identisch, aber die Wirkung ist eine sehr ähnliche. Wobei mir der Amuris noch ein bisschen ausgeglichener vorkommt. Ein bisschen frischer, holziger noch und ein bisschen reifer, eleganter. Probiert ihn aus, wenn euch Le Mal gefällt. Und dann hatten wir auf Platz Nummer 3 den Blöde Chanel von Chanel. Und das ist auch ein Top-Duft. Ich sage es euch ganz ehrlich, ihr müsst da nicht in die Nische gehen. Es ist halt nur so, dass jeder Zweite trägt halt Blöde Chanel und jeder andere Zweite trägt Sauvage. Und wenn ihr jetzt einen Duft wollt, der eine ähnliche Wirkung hat, einen ähnlichen Charakter, dann probiert doch mal den Blue Suede Shoes von Roberto Ugolini. Den hatte ich euch schon mal in meinem Roberto Ugolini Markenreview vorgestellt. Und ich finde einfach, der erfüllt den selben Zweck. Die sind sich nicht eins zu eins ähnlich. Eigentlich, wenn man sie so direkt nebeneinander riecht, gar nicht mal so ähnlich. Aber die haben dieselbe Aura, die haben denselben Zweck. Die sind beide sehr Business-like. Ich sehe die beide an Geschäftsmännern, an einfach schicken Männern im Beruf. Und da hat er wirklich Signature-Qualitäten. Und der ist so schön holzig, ein bisschen aromatisch, ein bisschen frisch. Also einfach eine richtig geile Kombi. Wobei die Holzkomponente hier schon nochmal viel stärker rauskommt. Und er hat natürlich auch die bessere Performance als der Blöde Chanel. Also überlegt euch den mal zu probieren. Blue Suede Shoes von Roberto Ugolini. Und dann hat man auf Platz 2 natürlich den König der Könige, den Aventus. Den Ananas-König. Den Ananas-Holz-Freshi-König. Und ich finde halt, der Aventus ist ja schon super teuer. Und ich muss aber sagen, bei der Aventus-Kategorie, da würde ich persönlich im Nischen-Segment bleiben. Ich finde halt ganz toll den Hachivat von Nishane. Und der ist nicht ganz identisch wie der Aventus. Der ist ein bisschen eichenmusiger, ein bisschen grüner, herber. Noch ein Ticken erfrischender, finde ich. Und minimal weniger fruchtig. Aber mir gefällt der einfach wahnsinnig gut. Und die Performance ist der Hammer. Das ist ein Extrait. Und der hält euch wirklich nicht nur den ganzen Tag, sondern auch die ganze Nacht. Wenn ihr allerdings jetzt sagt, ich will wie Aventus riechen, aber nicht so viel Geld ausgeben. Dann würde ich sagen, holt euch den Club de Nuit Intense von Amaf. Das ist, glaube ich, bei den günstigen Düften der, der vom Duftcharakter her noch am besten hinkommt. Ich bin jetzt nicht ein super Fan davon, weil ich finde, man merkt schon Qualitätsunterschiede. Aber wenn ihr Aventus on a budget wollt, dann holt euch den Club de Nuit Intense. Und die Nummer 1 war natürlich Sauvage von Dior, das Eau de Toilette. Und der Sauvage ist einfach so bekannt und beliebt. Und es ist ein geiler Duft. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Es ist so, er kommt wahnsinnig gut bei den Leuten an. Viele Leute haben sich ein bisschen abgerochen davon schon, inklusive mir, weil man ihn einfach an jedem Mann riecht. Und wenn man jetzt etwas möchte, was ähnlich aquatisch frisch holzig ist, dann muss man echt lange suchen. Weil es gibt nicht viele sehr ähnliche Sachen. Ich habe jetzt einen gefunden, von dem ich wirklich finde, der ist ein guter Match für den. Also der kann sich tatsächlich auch in der Attraktivität messen. Und zwar ist es der Mascula Pluriel von Maison Franciscan. Der Mascula Pluriel ist ein geiler Duft. So auch wirklich sehr, sehr, sehr maskulin, sehr herb, sehr holzig. Super frisch und hat allerdings einen starken Lavendel mit drin. Im Gegensatz zum Sauvage. Ich finde, der geht sehr viel mehr in die Fougere-Richtung. Also sehr viel mehr traditioneller, klassischer Hernduft. Aber ich denke, so von der Wirkung her sind die sehr ähnlich. Weil der Sauvage ist auch wirklich so einfach männlich-männlich. Der Mascula Pluriel ist auch sehr männlich, sophisticated, ein bisschen barbershoppig sogar. Und glaube ich, eine gute Alternative für Leute, die sagen, ich habe jetzt jahrelang den Sauvage getragen. Und ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr zu riechen wie jeder Zweite. Und ich mag was Neues ausprobieren. Und es soll was Hochwertiges sein und was Feines. Dann schaut euch den Mascula Pluriel von Mesoforsis Kykshan an. So meine Lieben, das war's. Das waren meine meistens Nischenpicks. Manchmal Dupes. Also ich muss euch wirklich nochmal den Divine Vanille ans Herz legen. Schaut euch den mal an. Testet den. Der ist superschön. Und für die anderen, ja, die Duftcharaktere überschneiden sich meistens nicht eins zu eins. Aber das war auch so ein bisschen mein Ziel. Leuten, die vielleicht ein bisschen müde geworden sind von ihrem Designer, den sie ständig tragen und den viele Leute tragen, denen eine Alternative zu geben von einem Duft, den vielleicht nicht jeder trägt und der vielleicht ein bisschen kreativer noch ist, ein bisschen bessere Performance hat. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr denkt. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.